Musik Ich hab's halt wirklich gemacht. Ich fang komplett von vorne an und bin in Köln. 2013 wird mein Jahr. Neue Stadt, neues Leben, neuer Mann. Alles neu. Ich brauch kein Personal. Ich hab nur Freunde in meinem Laden. Und mit denen rock ich das Ding. Und nicht anders. Zweite Ansage ist, da hier nun etliche Sachen umgeworfen worden sind in letzter Zeit, wir sind ja selber, kriegen wir auch eine neue Barchefin. Maike wird das übernehmen für die Zukunft. Was hätt ich denn sagen sollen? Du hättest mir sagen können, hör mal zu, Schatz. Maike kommt. Und Maike soll unsere neue Barchefin werden. Wie stellst du dir das vor, mich einfach so zu ersetzen? Ich bin 16 Jahre, ich brauch meine Freiheit. Ja, die kannst du auch am Wochenende haben. Am Unterne Woche gehst du in die Schule, gehst du dann Pflichten nach und nichts anderem. Ohne Scheiße, stellst du dich echt an. Ich geh zu sehen. Und if I had to bring. Hey, Maike, grüß dich. LWG, kommt mal ran. Maike ist da. Hallo, Lila. Hallo, Maike. Hallo. Alles gut? Verstehst du, du hast uns, du hast mich, wir sind la familia und wir halten zusammen, egal was kommt, okay? Ich verstehe eh nicht, was Alex mit meiner Liebe will. Guck dich doch mal an. Obwohl, ich kann es mir so ein bisschen erklären, kann ich es mir schon. Ich hatte gerade so eine Phase, die sich mal ein bisschen austoben. Ich hatte sieben Jahre eine tolle Beziehung. Im letzten Jahr habe ich eine Bar aufgebaut. Die Crew ist mir ans Herz gewachsen wie eine eigene kleine Familie. Und jetzt stehe ich hier alleine und fühle mich total überflüssig. Ich kann meine Gefühle nicht einfach so abschalten. Ich kann meine Gefühle nicht einfach so abschalten.